Jetzt ist der Vetterli wieder für Blipo zuerst, oder? Das ist Blipo. Wer ist das? Der Vetterli? Der ist ein Frischschnäppi. Das ist kein Schnäppi. Das ist ein verlotter Mann. Der ist überhaupt kein Schnäppi. Also los, das ist zufrieden. Der ist ein Werner Vetterli, den hast du ja auch gesehen. Ja, der ist vor 30 Jahren ein Sportreporter geworden. Ja.